Liebe Teilnehmer, vom Workshop Elevator Pitch in zwei Minuten auf den Punkt gebracht. Ich freue mich, dass Sie sich angemeldet haben. Wir werden in zwei Stunden erarbeiten, was eine gute Verkaufsstrategie ist von sich selbst in dem sogenannten Elevator Pitch Training. Das kann man benutzen für schriftliche Bewerbungen oder für Bewerbungsgespräche. Das ist ganz vielfältig einzusetzen, denn eine Bewerbung ist immer ein Verkauf von Ihnen als Persönlichkeit. Was macht sie aus? Sie haben verschiedene Materialien zugeschickt bekommen als Vorbereitung für den Workshop. Ich würde mich freuen, wenn Sie die durchschauen. Dabei ist ein zentrales Dokument, das nennt sich AIDA Blank. Das ist die sogenannte AIDA-Formel. Es gibt auch ein Dokument, was das nochmal erklärt und ich habe auch ein längeres Video dabei gestellt, das können Sie auch streamen. Das ist so eine Stunde, da können Sie herausfinden, was ich damit meine. In kurz ist es so, dass jede Bewerbung und jedes Gespräch anhand dieser vier Punkte sehr gut und zentral fokussiert vorstellbar ist. Und zwar bedeutet A Attention, Sie beginnen mit einem interessanten Satz über sich. Und I, der zweite Buchstabe ist Interest, das heißt, warum machen Sie das, was Sie machen? Warum sind Sie darin so gut? Da können Sie reinnehmen, warum haben Sie sich entschieden, den oder jenen Ausbildungsweg einzuschlagen. Auch etwas aus Ihrer Kindheit können Sie da benutzen, wenn Sie sagen, ich bin das vierte Kind von vier Kindern und habe schon früh gelernt, wie man Kinder miteinander auskommt und kann da einfach mitmenschlich sehr viel beitragen, wenn Sie zum Beispiel in die Erzieherausbildung gegangen sind. Als ein Beispiel. Danach kommt Desire. Dann versuchen Sie zwei, drei Sätze zu formulieren. Was ist Ihr Benefit als Mensch? Was können Sie wirklich gut? Was können Sie beitragen? Was macht Sie aus? Und was vor allen Dingen erhält der andere, der Ihnen zuhört, als Vorteil? Und der letzte Punkt ist Action. Da sagen Sie sowas wie, nehmen Sie doch meine Visitenkarte oder gehen Sie auf meine Webseite oder trinken Sie mit mir gerne einen Kaffee. Sowas. Das ist in kurz diese Formel und ich bitte Sie, wenn irgendwie möglich, dieses Sheet auszufüllen, bevor Sie in meinen Workshop kommen. Das muss nicht perfekt sein oder super ausgearbeitet, einfach ein erster Entwurf. Dann können wir gut daran arbeiten. Ich danke Ihnen.